so weiter und ja ich antworte heute mal auf einen kommentar der unter einem youtube video und es geht um tinder polarität und so weiter und ziemlich drastisch aber vielleicht so ein bisschen augenöffnend und mit absolut interessieren was er dazu denkt und also es ist ein mann und er schreibt ich war ein jahr recht erfolgreich auf tinder unterwegs ich rate jedem durchschnittsmann auf der smv skala keine ahnung status vielleicht irgendwas vermögen keine ahnung lasst die finger davon wenn man kein gutes paket stellen kann geht er komplett leer aus der kuchen wird unter den top 20 prozent verteilt das auch genau was in dem video vielleicht verlinkt das noch mal über tinder was ich auch gesagt habe für frauen sieht es aktuell aber auch nicht besser aus da bist du ein bisschen fragezeichen also sagt mir mal wer das sieht frauen bekommen zwar matches dates und sex aber die wenigsten haben wirklich eine chance einen top mann zu binden ich hatte viele damen in meiner rotation und habe natürlich viele damen konsumiert für mehr reicht es aber meist nicht außer frau hat echt was zu bieten und kann liefern was für ganz wenige frauen zutrifft die kerle die zugriff auf frauen haben wie ich nutzen das game ohne sich ernsthaft zu binden ich finde es immer nicht gut wenn man menschen konsumiert weil ich meine das ist nicht verboten aber bleibt man doch sehr an der oberfläche egal ob meine frauen das machen fazit finger weg von tinder und co es gibt fast nur verlierer coach xy sagt leider einer der etwas frauenfeindlichen coaches deswegen sage ich den namen nicht im heutigen datingmarkt gewinnen nur noch die alpha männer sowohl frauen als auch männer bleiben auf der strecke ja ich würde dann aber sogar sagen es gewinnt niemand weil ganz ehrlich wenn man auch als alpha mann frauen nur konsumiert weiß ich nicht wie anders auf die dauer der seele so gut tun soll überhaupt nicht in die tiefe geht und ja im ego hängen bleibt letztlich weil das wird dass das höre ich da auch so raus also ich kann es total verstehen wenn frauen männer vorn machen das auch ganz viel wenn sie hohe chancen auf dem datingmarkt wenn sie ihre chancen nutzen ich meine das hat die natur auch irgendwo in uns angelegt aber wir sind ja ein bisschen mehr als nur unsere nur unsere natur und geht ja auch vielleicht mal darum irgendwie sich in der tiefe zu erkunden eine tiefe zu finden mit einem menschen und da würde ich also ich habe das gefühl auf den da verlieren eigentlich letztlich fast alle klar wie das ego von 40 ego wird sehr gefüttert dopamin rezeptoren werden schön ausgedonnert aber tatsächlich würde ich auch sagen da wäre ich der gleichen meinung lasst die finger davon und ich freue mich auf eure kommentare bis bald